Vielleicht hast du dich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg hinten angestellt und vielleicht weißt du sehr genau, was andere Menschen brauchen, was andere Menschen möchten, wie du für andere da sein kannst. Doch vielleicht ist es gerade jetzt an der Zeit, für dich da zu sein, auf dich zu schauen, dich um dich zu kümmern. Und umso klarer du dich um dich kümmerst, umso leichter fließt es durch dich. Umso klarer du bei dir bist und dich beschenkst, umso klarer wirst du beschenkt. Es gibt keine Geschichte, die zu klein ist, um erzählenswert zu sein. Jede Biografie ist erzählenswert, auch deine.